Herzlich Willkommen zum besten Podcast im ganzen Universum. Trick 17 mit Ben und Kai. Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Trick 17. Und wie immer mit Ben. Guten Morgen oder guten Abend oder hallo oder kürzi. Und mit Kai an der anderen Leitung. Hallo Kai. Hallo. Moin moin. Ja, wir haben euch noch einen zweiten Teil geschuldet. Wir haben ja unser neues Format ganz modular aufgebaut und gleichzeitig auch eine neue Rubrik ausprobiert, nämlich die Challenge. Und da haben wir dann in der Euphorie dieser ganzen neuen Basteleien und Umgestaltung dann gleich den ersten Teil rausgehauen. Und jetzt sind ungefähr gefühlte 250 Jahre vergangen, in denen wir dann doch mal unsere drei Plastikflaschen-Hacks gebaut haben. Und die wollen wir euch heute vorstellen und bewerten. Aber bevor wir damit loslegen, haben wir noch ein paar klitzekleine Hausmeister-Themen. Die schieben wir direkt mal vorweg. Dann haben wir es gemeinsam hinter uns gebracht. Aber da Kai ja immer dazu neigt, am Ende der Sendung selbst einzuschlafen, wollen wir das mal direkt hier einführen. Und zwar gibt es seit heute einen Trick 17 Instagram-Account zu finden unter... Yeah. Nee, der ist wirklich gut. Also ich hab mir da Mühe gegeben. Unterstrich Trick 17, wie auch auf Twitter. Alle anderen Trick 17-Varianten waren schon weg. Hat mich gewundert, dass es diesen noch gab. Weil Trick unterstrich unterstrich 17 gab's auch schon. Aber unterstrich trick 17 ist der Account geworden. Und dort habe ich schon mal ein paar Fotos aus den alten Produktionen oder aus den Podcasts im Blog eingebunden. Und da werden wir... Damit der nicht so leer dasteht. Genau, so ein nackiger Instagram-Account, der wird ja auch rot und schämt sich. Da haben wir gedacht, wir füllen den mal ein bisschen mit ein paar Bildchen ab. Die Fotos von heute, die werden wir vermutlich in irgendeiner Form da auch hochstellen, würde ich mal vermuten. Denn wenn wir was Cooles zum Fotografieren haben, dann kommt's da rein. Also wir teilen da keine... Also haben wir nicht abgesprochen, aber behaupte ich jetzt mal, wir teilen da keine gefundenen Hacks oder irgendwelche anderen Sachen mit Quelle, sondern nur Sachen, die wir selber gemacht haben. Genau. Das erleichtert uns diese ewige Quälerei mit, Kai, kramst du noch die Kamera raus und fotografierst den Kram, den du da gebastelt hast? Denn mit dem Telefon kann man ja doch schneller mal irgendwas ablichten. Das muss ja nicht immer dann irgendwie top ausgeleuchtet und in Riesenauflösung sein. Um den Hack, den wir dann umständlich erklärt haben, zu verstehen, reicht ja dann so ein Handyfoto auch oft aus. Vor allen Dingen, wenn man diverse Filter darüber packt, dann ist es eigentlich egal, wie das Foto aussieht, wenn man sowieso nichts mehr davon erkennen kann. Und dafür ist ja Instagram prädestiniert. Außerdem geht da der heiße Scheiß. Und Facebook ist tot, Twitter ist tot. Alles ist tot außer Instagram. Aber für Snapchat sind wir schon zu alt und deswegen haben wir uns erstmal als Kompromiss dafür entschieden. Ganz genau. So, genug dazu. Worum geht's heute? Es geht um die Plastikflaschen-Challenge. Wir hatten in TRI 02.1 erklärt, erstmal was wir vorhaben, nämlich lustige Dinge und möglichst nützliche oder witzige Sachen aus Kunst. Oh Gott. Okay, Thema verfehlt. Ja, mal gucken, ne? Das hast du ja zu entscheiden. Ja, eben. Und wir werden das gnadenlos nach den vier Kategorien Nutzen, Spaßfaktor, Aufwand und Kosten bewerten. Jeweils die des anderen. Und es hätte auch die Möglichkeit gegeben und damit nochmal die Wiederholung, falls wir die nächste Challenge mal machen, ihr könnt dann auch gerne eure Ideen, eure Basteleien, eure Lifehacks zum jeweiligen Thema einsenden. Und dann bringen wir die auch in die Sendung, bewerten die aber nach den gleichen gnadenlosen Kriterien. Haberhart, ja. Habt ihr jetzt diesmal nicht Gebrauch von gemacht, aber wir haben fleißig gebastelt und gebaut und geschraubt und geklebt und gewerkelt. Und wir wissen selber noch nicht, was der andere für Hacks entworfen hat. Das heißt, es wird gleich auch für uns eine Überraschung. So wie es mich auch leicht irritiert, dass ich den Kai dieses Mal das erste Mal sehen kann. Wir haben nämlich mal die Kamera angemacht und vergessen sie, eigentlich nur vergessen sie auszumachen. Aber nun ja, ist ja auch nicht so verkehrt. Ähm, die vier Kategorien hattest du schon vorgestellt. Ich würde ganz gerne noch ergänzen, dass wir zu jeder Kategorie ein bis drei Punkte vergeben. Bei Nutzen wäre das ein Punkt für nutzlos, zwei für nützlich, drei für lebensverändernd. Äh, Spaßfaktor bewerten wir nach ein Punkt langweilig, zwei Punkte witzig und drei Punkte bröller. Ja, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Klingt nach dir. Die dritte Kategorie Aufwand bewerten wir nach ein Punkt gibt's für Megastress, zweitens machbar und drittens Kindergarten. Easy peasy Kindergarten. Und die vierte Kategorie kosten nach ein Punkt Luxus, zwei erschwinglich und drei Punkte gibt's für quasi geschenkt. Wobei geschenkt, äh, würde ich jetzt wirklich mal, ja, werden wir sehen, wie wir das bewerten. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Äh, und ich bin schon ein bisschen gespannt. Ich auch. Ja. Wollen wir loslegen? Wollen wir, jetzt müssen wir noch ausschnickschnack schnuckeln. Gibt's dafür eigentlich ein Hack, wie man schnickschnack schnucken kann, ohne sich die Finger, äh, ohne die Finger zu benutzen? Wieso? Wir haben doch Kameras. Wir können natürlich auch jetzt alles beliebig behaupten. Und dann lass uns doch schnick, schnack schnucken. Okay. Mit oder ohne Brunnen? Ohne. Okay. Schnick, schnack, schnuck. So, du hast gewonnen. Was heißt das jetzt? War das jetzt der Leck oder hast du jetzt wirklich eine Sekunde später Papier gemacht, damit ich anfange? Nein, ich hab das, das war, ich hab geleckt. Ich hab auch gedacht, du hast die Schere nachgeschoben. Okay. Aber, äh, ja, du hast gewonnen und du darfst dir aussuchen, wer anfängt. Okay, dann such ich jetzt hier dein erstes Bild raus und öffne das. Und es ist ... Äh ... Ach so, muss ich vielleicht erklären. Ein Spiel, ne? Genau, ein Geschicklichkeitsspiel. Alle Bilder übrigens zu späterer Zeit zu finden auf Instagram. Ich hör jetzt damit auf. Ein Geschicklichkeitsspiel aus einer Plastikflasche und einem Jojo. Ich habe von der Plastikflasche ungefähr, na, wie mag das sein? Acht Zentimeter des oberen Teils abgeschnitten, gerade abgeschnitten. Und dann durch den Deckel ein Loch gestochen oder gebohrt, besser gesagt in diesem Fall. Dann hab ich da einen Faden durch das Loch gezogen und von innen verknotet. Und damit der Faden nicht wieder rausrutscht, hab ich da noch so eine kleine Perle oder eine Murmel dran geknotet. Nee, Murmel lässt sich schwierig knoten, ne? Ja, das ist so ein ... Im Kinderzimmer gefunden. Aha. Kann man aber vielleicht auch mit Heißkleber machen. Oder wenn der Knoten dick genug ist, dann reicht das auch. Hauptsache, der Faden zieht sich nicht mehr aus der Flasche raus. Und an die andere Seite hab ich ein Gewicht gepackt. Und in dieser Form auf dem Bild ist es ein Jojo gewesen mal. Jetzt ist es nur noch ein Fangutensil. Man kann dazu übrigens auch ... Ich hab da Quellen gesehen. Man kann da auch so ein Ü-Ei, das innere, das gelbe Innere von einem Ü-Ei nehmen. Aha. Und da einfach den Faden reinklemmen. Ich hatte nur kein Ü-Ei, deswegen hab ich jetzt sowas genommen. Aha. Ja, und dann schraubt man den Deckel einfach unten wieder auf die Flasche drauf. Hat dann ja so eine Schale, die Flasche. Die halbe Flasche ist ja dann so eine Schale. Und unten raus aus dem Deckel baumelt der Faden mit dem Gewicht dran. Und dann kann man einfach ... Jetzt mach ich hier die Geste in der Kamera. Aber ja, man schleudert dann an dem Faden den Gegenstand hoch. Und lässt ihn versuchen oder versucht, ihn in die Flasche fallen zu lassen. Und damit hatte man gewonnen. Mein Rekord von vorhin war achtmal hintereinander getroffen. Yeah. Er wurde von keinem der Kinder eingestellt. Das Spiel gibt's auch schon ziemlich lange. Das müsste doch auch einen Namen haben, weißt du's? Wie heißt das Ding? Ongo Pongo. Ich hab keine Ahnung, wie's heißt. Okay, vielleicht wissen das ja unsere Hörerinnen und Hörer. Fang den Spitz, oder? Heißt das nicht, fang den Spitz? Das hätte ich jetzt als Brettspiel verortet, aber ich hab wirklich keine Ahnung. Dann frag doch nicht den Spitz. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt für Bilder kommen. Nee, ach so, Spitz, pass auf. Das ist aber eher was ... Ah, das gab's früher auch, genau. Da sind so mehrere Hütchen an einem Faden dran. Und dann muss einer, je nachdem welche Farbe, kommt in Würfelbecher schnell auf dieses ... Früher im Osten hatte ich das, da war's eine Maus, da war's kein Spitz. Aber ja, da muss man dann schnell wegziehen, schneller als man den Würfelbecher drüber hat. Ist aber so ähnlich, aber nicht das, was wir meinten. Okay. Naja. Wie auch immer, wenn ihr das wisst, schreibt uns auf Twitter an at unterstrich trick17 oder per E-Mail irgendwas at trick17-podcast.de. Dann können wir das noch auflösen. Oder als Kommentar ins Blog auf trick17-podcast.de. Mein Gott, sind wir professionell. Yeah. Ekelhaft. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt machen wir hier Bewertungsorgie. Das Langweiligste habe ich bewusst an den Anfang gepackt, um noch Raum nach hinten zu lassen. Okay, es ist also noch Luft nach oben. Schnauze. Ich hab mir trotzdem Mühe gegeben. Also, Punkt eins nutzen. Ähm, ich würde mal sagen, es ist ein Spielzeug, von daher ist es, ähm, jetzt nichts, äh, was lebenswichtig ist. Ähm, und man kann natürlich, wir sind ja nun beide von kleinen Kindern umgeben, das nicht unterschätzen, wie nützlich das ist, wenn die Kleinen beschäftigt sind. Und einem nicht am Bein hängen und irgendwas, äh, machen wollen. Und ohne jetzt vorwegnehmen zu wollen, äh, die haben damit eine Stunde locker gespielt heute. Ja, siehste. Zehn Minuten zusammenbauen oder, äh, noch weniger, naja, zehn Minuten, äh, finde ich, ist, hat das schon einen gewitzenden Nutzen, zumindest für mich, auch wenn ich nicht damit spiele. Okay, also ich würde jetzt fairerweise sagen, wir nehmen eine, äh, eine Zwei, also nützlich, ähm, wenn du mir jetzt glaubhaft vermitteln kannst, dass du während dieser Stunde die Vision hattest, wie du die Welt verändern und retten kannst, dann würde ich drei Punkte geben, aber, äh, zwei sind jetzt erstmal okay, würde ich sagen. Ja, ich hab die Zeit genutzt, um das nächste Teil zu basteln heute, ne? Gut, von daher, hm, naja. Und ob das später dein Leben verändert, wir werden es sehen. Wir werden sehen, gut. So, ich schreib mal eine Zwei auf, okay. Ja, Spaßfaktor, gut, kann ich jetzt nicht beurteilen, ich kenne Spiele dieser Art und muss sagen, dass sie mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gerissen haben bisher. Aber ist doch extra ein Smiley auf, der mich euch holt. Okay. Also von daher würde ich sagen, auch hier faire Zwei-Punkte, witzig, äh, auch wenn ich es eher langweilig finde, aber ich werde ja gleich auch bewerben. Bewertet, ich hoffe, du nimmst dann Rücksicht darauf. Ja, wir können ja auch so Misch, wir können es ja auch anderthalb machen oder so, oder? Wollen wir nur Ganze vergeben? Das ist jetzt eine spannende Frage, die du mitten im Bewertungsprozess ... Es klingt jetzt nämlich so wie anderthalb, was du mir sagen willst, aber hast ja nur die Wahl zwischen eins und zwei. Ja gut, dann machen wir anderthalb, dann haben wir noch ein größeres Spektrum auch, dann ist das nicht alles so ... Hängt das nicht nachher alles an einem Punkt, ne? Direkt 17, 1,5 Spaß. Okay, Aufwand, das musst du jetzt irgendwie umschreiben, aber so jetzt vom Optischen her, Loch bohren, abschneiden, ähm, ist eigentlich ... Kann man sogar mit Kindern zusammenbasteln, ne? Also kann man mit Kindern zusammenbasteln, man muss natürlich schneiden, das heißt, es hat mit dem Messer zu tun. Ich hab das Loch in den Deckel jetzt gebohrt, man kann es auch schmelzen mit einer heißen Metallnadel, aber ich hab sie jetzt mit einem Akkuschrauber reingebohrt, mit einer Bohrmaschine. Alles andere, achso, und das Band in dem Jojo hab ich noch mit Heißkleber festgeklebt, damit es nicht losgeht. Also es ist schon was dabei, aber es geht auch deutlich einfacher. Abschneiden, man kann das Band ja auch einfach unten dran knoten, oder ein fertiges Jojo nehmen und unten dran knoten, dann ist das quasi innerhalb von 10 Sekunden gemacht. Aber Kindergarten muss ja nun nicht, also jetzt haben wir unseren Aufwandsindex hier, Kindergarten bei der größten Punktzahl genannt, muss ja nicht heißen, dass man die Kinder mit einer Flasche und einem Cuttermesser losschickt, aber das ist durchaus machbar. Also auch wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt nicht der Handwerker unter der Sonne, kriegt man so ein Ding gebastelt, ne? Das wäre sogar was, was man im Kindergarten mit Erziehungsberechtigten oder Aufsichtspersonen basteln könnte. Ja, also drei. Juhu. Und kosten, ja, was kostet so ein Jojo? Bestimmt 500 Euro, das Stück, oder? Mindestens, das ist ja aus Gold. Ja, und es lächelt. Ich möchte noch dazu erwähnen, dass ich sogar holländische Wasserflaschen verwendet habe, auf denen kein deutsches Pfand ist, sodass ich nicht mal 25 Cent, oder was kostet das, 9 Cent? Ich weiß nicht, die Plastikflaschen 25, glaube ich, verschwendet habe. Ich hätte vielleicht noch sagen sollen, die Plastikflasche, die ich dazu genommen habe, war eine 0,5 Liter PET-Flasche, nur so von der Größe. Je größer die Flasche, desto einfacher natürlich auch das Spiel. Ja, aber dafür musstest du jetzt eine Dienstreise in die Niederlande machen, ne? Das ist jetzt auch ein Kostenfaktor. Ne, ich war gestern zufällig ja in der Nähe der Niederlande und da gab es das Wasser so dazu. Da war ich sowieso. Alles klar. Also es ist recht günstig, ja. Das trifft die Kategorie geschenkt, weil so ein Jojo und die meisten Sachen, gehe ich jetzt mal davon aus, haben sie rumgelegen, also auch drei. Oh, das war aber schon ganz schön gut, ne? Ah, das ist schon vier Punkte. Also ich rechne mal zusammen, 3, 3, 2 und 1,5 macht 9,5 Punkte für mein erstes. Okay. Geht ja gut. Gut, los. Dann öffne ich mal dein erstes Bild. Mhm. Und dein erstes Bild ist, oh, nice, eine Sonnenblume. Nicht ganz, sondern es ist, ja, also es ist ein blumenförmiger Ventilator. Ich hatte so ein bisschen Lust, mich mal an Elektro-Spielereien zu probieren. Das heißt, wir haben es damit mit so einem ganz klassischen kleinen Elektromotor zu tun, den ich dann verlötet habe mit einem Schalter und einer Batterie. Ähm, die Flaschenkomponente ist, sind natürlich die Rotorblätter. Äh, die habe ich jetzt einfach, das war so eine Flasche, die so, so am Flaschenhals so leichte Ecken hatte. Also wie so eine Ketchupflasche, so eckige Segmente. Da habe ich dann immer zwei dieser Segmente zusammengenommen, sodass das ganze Ding jetzt sechs Rotorblätter hat. Und dann habe ich die auch ein bisschen geknickt und gebogen, weil man muss ja so eine Schaufelform haben, damit der Wind zu einem hingeschoben wird. Ähm. Und dann habe ich aus Draht noch einen, äh, einen Fuß gebogen, an dem auch die Kabel entlang geführt sind. Das sieht jetzt ein bisschen kruder aus. Äh, man könnte, wenn man jetzt noch mehr Flaschen einbauen möchte, vielleicht auch aus einer Getränkeflasche noch einen Standfuß konstruieren. Und da, ähm, hatte ich jetzt aber, also fand ich optisch nicht so, nicht so toll. Ich wollte da halt lieber sowas aus Draht biegen. Und, äh, ja. Aber es funktioniert, es ist ganz cool. Und, ähm, macht halt jetzt gerade, wo der Sommer ja jetzt direkt, äh, auf den Winter gefolgt ist, auch Sinn. Aber gut, das wirst du ja beurteilen. Das hast du geschickt, geschickt gewählt, dieses Experiment. Also ich, äh, mein erster Gedanke bei Nutzen, bei der Bewertung war, äh, auf jeden Fall eine Drei. Lebensverändernd. Weil ich mich, habe ich gerade schon erzählt, also dir zumindest vorher, äh, in dem heißesten Raum dieser Stadt befinde. Gefühlt, hier sind ungefähr 6000 Grad. Und wenn ich so ein Ding jetzt hätte, würde das gerade mein Leben verändern. Da ich aber jetzt dich in der Kamera sehe und sehe, wie glänzend deine Stirn ist, würde ich eher sagen, krieg nur einen Punkt. Weil wenn's dich, äh, wenn's schon läuft und du trotzdem schnittst... Nee, es läuft jetzt aus geräusch, äh, ökonomischen Gründen nicht. Mach das doch mal, ist das da, hast du es in der Nähe oder musst du aufstehen? Ja, ich hab jetzt nur gerade die Batterie leer gespielt. Also wenn du möchtest, ich hab jetzt hier eine zu liegen, dann könnte ich das gerade zum Laufen bringen und die Kamera halten. Haben die Hörer jetzt nichts davon, aber, äh, mich würde schon mal interessieren, wie laut das ist und wie viel Wind das macht. Also ob der Wind bis hier reicht oder ob ich das Ding nur sehe. Okay, das ziehen wir jetzt durch. Nicht, dass hier die Kirschen von den Bäumen fallen. Aber es sieht auf jeden Fall mega geil aus. Also du kriegst auf jeden Fall drei Punkte für den Nutzen. Das ist ja unfassbar praktisch. Das schreib ich mir schon mal auf. Jetzt muss ich hier gerade die Batterie dran fizzeln. Sogar mit Schalter. Man muss nicht mal den Kontakt unterbrechen. Man kann sogar an- und ausmachen. Mega geil. Siehst du es in der Kamera? Ja, cool. Man hört so eine leichte Brise. Ich halt's mal ans Mikro. Es ist relativ leise. Was ist das für ein Motor? Wo hast du den her? Den hab ich tatsächlich bestellt. Also man kann sicher so einen Rotor, es gibt ja auch Spielzeuge oder sowas ausbauen. Aber es wäre ja Quatsch, wenn es schon ein Ventilator ist vorher, um dann einen aus einer Plastikflasche dran zu bauen. Ja, das wäre Kappes, ja. Von daher ist das halt ein ganz normaler. Ich weiß, mein Bruder hat sowas früher auch benutzt zum Basteln. Und, äh, ähm. Was machst du da? Hast du eine Flasche aufgemacht? Ja. Mit einer Schere? Ja, was ist das? Ich entdecke völlig neue Welten. Ist doch hier lifehack.de. Vier Zentimeter neben dem Mikro. Ja, das, äh, ist aber nicht das, wo die Aufnahme drin ist, sondern, wie auch immer. Achso, größerchen. Also, ich find's lebensverändernd und es macht ja auch scheinbar Luft, ne, wenn man die Rotor da richtig faltet. Also, man kann da sicher, und das wird, ähm, bei einer anderen Sache noch später, äh, ähm, auch noch vorkommen. Man kann da sicher noch optimieren. Ich bin jetzt kein Luft- und Raumfahrtingenieur und man kann sicher an der Flügelform noch was verändern, damit eben da noch effektiver Luft bewegt wird. Aber es tut auf jeden Fall schon das, was es soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass, äh, dass man noch mehr rausholen kann aus so einem, aus so einem Rotor. Also, Spaßfaktor, äh, würde ich behaupten, wenn das Ding erst mal fertig ist, ist er nicht so hoch, weil, äh, ist halt einfach nützlich. Aber das Zusammenbauen ist, glaub ich, ganz witzig. Aha, ja. Also, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Deshalb ich dann zwischen Zusammenbauen, Brüller, drei Punkte und wenn's rumsteht, naja, so ein Punkt ist halt dann da. Mhm. Äh, die goldene Mitte wählen würde, mit zwei insgesamt. Wärst du damit zufrieden? Ähm, Aufwand, glaube ich, wenn ich das jetzt mit meinem vergleiche, ist es durchaus höher. Ja. Als, äh, also du musst ja erst mal noch was bestellen. Mhm. Und dann auch noch zur Post gehen und das abholen. Ja, und das Löten ist auch nicht trivial, also, äh. Ach, gelötet ist sogar auch. Okay, ich glaub, das ist nur was. Ja, ich hab die Kabel da jetzt nicht irgendwo rumgetüttelt, das geht vielleicht auch, aber wenn du da länger Spaß mit haben willst, musst du das schon zusammen löten. Bin jetzt gewillt, 1,5 oder eine 2 zu geben, also irgendwas zwischen, also Megastress ist es, glaube ich, nicht. Da gibt doch 1,5, damit wir auch so einen schönen kaputten Wert da drin haben. Okay, damit ich noch schlechter rechnen muss. Okay, 1,5. Hast du denn jetzt? Ich hätt ja auch zwei, aber gut, jetzt hast du mal 1,5 gesagt. Nee, ich wollte weniger haben. Ähm, und Kosten finde ich es auch nicht, sonderlich, also, weil ich weiß nicht, was so ein Motor kostet, ein Fünfer oder ein Zehner? Nee, weniger. Das ist ein Euroartikel oder, äh, ich glaube, ein oder zwei Euro hab ich bezahlt. Aber mit dem ganzen Kram, Drähte und Lötzinnen und, gut, das kauft man einmal, aber es ist halt nichts, was man so rumliegen hat, von daher, äh, es ist jetzt nicht das, der billigste Hack der Welt, so. Und der Carbon-Footprint vom DHL-Auto? Ja, ja. Muss man alles mit einpreisen. Also, auch da wäre ich gewillt eher, also, ich find's so geil, deswegen fänd ich das jetzt schade, aber es ist schon, also, erschwinglich, ja, zwei erschwinglich, oder? Ja, ja, eben, es macht einem jetzt kein großes Loch ins Budget, aber es ist auch nicht umsonst. So, dann sind wir bei drei, zwei, zwei, eins Komma fünf, äh, was macht fünf, sieben, acht Komma fünf. Was hattest du eben? Neun Komma fünf. Yeah. Ich wette, du gewinnst diese Geschichte. Wenn du dich jetzt noch steigerst, und das hast du ja angesagt, dann kann ich das nicht mehr einholen. Also, aber es ist auf jeden Fall, äh, deutlich cooler als ein, äh, ich hab schon vergessen, was ich gebastelt habe. Ein Spielchen. Ein Spielchen, genau. Ja, aber es soll ja halt auch einfach sein, ne? Genau. Mmh, gut. Gut, dann. Zweiter Ben. Dann darfst du wieder. Ja. Ich öffne, und du hast ein Minigewächshaus gebaut, sehr schön. Zwei verschiedene. Zwei verschiedene, genau. Genau, das eine hatten wir schon mal, äh, in einer anderen Sendung, das suchen wir raus und verlinken es nochmal. Äh, wir können ja nochmal darauf eingehen. Es geht darum, dass es sich, äh, ähm, selbst bewässert, aber das kannst du ja beschreiben. Ich muss ja jetzt nicht deine Hacks erklären. Äh, vielleicht erst mal, was du gebaut hast. Genau, ich habe zwei Gewächshäuser oder zwei Möglichkeiten gebaut, äh, Pflanzen zu bewässern oder wachsen zu lassen. Und habe, also es zählt jetzt als einen Hack, ich wollte nur zwei verschiedene Varianten ausprobieren. Ja. Und das habe ich auch schon vor zwei Wochen gemacht, um zu gucken, ob die Vieche überleben. Und tun sie es? Ähm, und tun sie. Also das sind die, äh, Pflanzen, das sind ja, das ist einmal Schnittlauch auf der einen Seite und das andere Petersilie, äh, haben überlebt. Und ich habe sie seitdem nicht mehr gegossen oder angefasst. Und alles andere, der Referenzpot daneben ist natürlich vertrocknet oder war jetzt auch schon abgefressen. Äh, also lasst sich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, ob es jetzt besser ist. Aber, äh, also die überleben auf jeden Fall. Ja. Die sind jetzt ja nicht riesig, deswegen ist die Ernte auch nicht so üppig, aber war ja auch nur ein Experiment. Aha. Also Hack Nummer eins. Die, äh, erste Flasche, das ist so eine 1,5 Liter, so eine große, oder das ist, glaube ich, sogar zwei Liter, so eine Riesen-Cola-Flasche. Äh, die erste so zehn, hinstellen normal und ungefähr zehn Zentimeter über der Tischoberfläche abschneiden. Also der untere Teil ist zehn Zentimeter hoch. Und dann kann man den oberen Teil, an dem die Öffnung ist, umdrehen. Da, ich habe da jetzt so einen, äh, so einen Küchenkrepp reingepackt. Man kann da aber auch, ich glaube, in dem, was wir hatten, war so eine Socke oder irgend sowas oder ein Stoffstück. Äh, dass die Erde halt nicht durchrieselt, wenn man es umdreht, sondern einfach, dass unten die Erde aufgehalten wird, aber das Wasser durchkommt. Da ist jetzt so Küchenkreppzeug drin und oben Blumenerde drauf. Und dann, äh, oben was reingepflanzt. Und in den unteren Teil, das ist ja dann wie so eine Tasse, in den unteren Teil kommt dann Wasser. Der obere Teil wird da draufgestellt mit der Samt der Erde, sodass der Flaschenverschluss kopfüber in dem Wasser hängt. Und durch die Kapillarwirkung das Wasser hochgesaugt wird in die Blumenerde. Reine Kapillarwirkung. Reine Kapillarqualität. Äh, das ist, äh, in der Mitte übrigens noch mit die Detailaufnahme. Aber ich glaube, ist auch selbsterklärend. Man braucht dafür nichts, außer eine Plastikflasche und halt Erde und Pflanzen. Und vielleicht irgendwas, äh, man kann das auch mit Stoff oder mit, ähm, Schnüren machen, äh, was dann eben das Wasser reinsaugt, ja. Auf der anderen Seite die Variante, dass der untere, das gleiche Prinzip, wird abgeschnitten, aber es ist nur ungefähr fünf Zentimeter hoch, der untere Teil. Also, der untere Teil ist kleiner, sodass dann in den unteren Teil einfach Erde kommt und da die Pflanze reingepflanzt wird. Und dann habe ich irgendwie so einen Zentimeterstreifen, glaube ich, rausgeschnitten, damit der obere Teil in den unteren Teil passt. Der ist ein bisschen kleiner als dann im Durchmesser. Und dann kommt da oben der Deckel ab und dann hat man ein kleines Mini-Gewächshaus, das man sogar noch regulieren kann, indem man den Deckel drauflässt oder abmacht. Und das Wasser ist, das Wasser, was du da siehst, ist wirklich Pflanzenwasser. Pflanzen-Sanzen-Sanzen. Das ist nicht irgendwie reingephotoshoppt oder reingespült, das ist, äh, da drin entstanden. Mhm. Äh, zum besseren Erigieren der Petersilie, dass es nicht umfällt, habe ich noch so ein Holzstäbchen reingesteckt und so ein kleines Gummiband drum geknotet, dass die Petersilie so ein bisschen aufrecht hält. Hihihi, er hat Erigieren gesagt. Hihihi, Petersilie. Ähm. Peterchen. Fair. Pui. Also das... Ich muss aber, um es transparent zu machen und ehrlich sagen, die Petersilie ist ein bisschen geschimmelt da drin. Ich glaube, Petersilie ist nicht so das richtige Gewächshausgewürz. Nein, vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, ich habe jetzt auch ein bisschen mit Gärtnerei und, ähm, Pflanzenzucht experimentiert. Dieses, dieses Modell würde ich eher empfehlen, wenn du, ähm, Sachen anziehen willst, also anzüchten, wenn du Samen... Ist schon so warm, was soll ich denn noch alles anziehen? Genau, wenn du Samen aussäst und, äh... Samen. Genau, wenn du den Samen in die Erde... Es wird nicht besser. Auf jeden Fall, die brauchen ja auf jeden Fall viel Feuchtigkeit und Wärme. Kann ich, es geht nicht besser. Ja. Ich spiele dann in der Nachbearbeitung nachher so erotische Musik darunter. Feuchte und Wärme. Feuchte und Wärme. Samen in die Erde. Aber du verstehst, was ich meine, fertige Pflanzen, die können, brauchen eigentlich diese Gewächshaus-Atmosphäre nicht unbedingt, es sei denn, du ziehst jetzt Gurken oder Paprika an, schöne, lange Gurken. Okay. Feste Paprika. Gut, ach ja, das stimmt, du isst gar keine Paprika. Das weiß man ja als Ben-Fan. Als Ben-Bedinator. Ja, nee, esse ich nicht, ist richtig. Aber ich muss, ja, es ist wirklich, das habe ich nicht darin gezüchtet, dafür war die Zeit dann in zwei Wochen auch zu knapp, glaube ich. Kresse oder so, das hätte man vielleicht machen können. Ich habe wirklich Petersilie aus dem Blumengarten da dann mit Wurzel ausgestochen und da reingepflanzt, ja. Und den Schnittlauch ebenso. Gut, aber die Bilder und, ja, die sind ziemlich selbsterklärend mit allem drum und dran, findet ihr dann wie immer in den Shownotes oder auf dem supergeilen neuen Instagram-Account. Und, aber genug der Vorrede, jetzt wird es ernst. Wir sollten jetzt, zumindest beim zweiten Bild sollten wir einen Jingle einführen. Wieder einen Jingle? Aber den musst du bauen. Nö, also einen, ich würde einen singen, ich würde keinen schneiden. Ich würde keinen, wie wäre es mit, kommen wir zur Bewertung. Okay, den werden wir ab jetzt immer verwenden. Immer. Der Nutzen, der Nutzen ist lebensverändert, weil, Ben, ich hätte nicht gedacht, dass du dich von Kräutern ernährst. Ausschließlich. Ich sehe dich jetzt in einem ganz anderen Licht. Das erklärt einiges. Und du wirkst auch so strahlend gesund, das kann nur die Kräuterkraft gewesen sein. Also drei, naja, sagen wir mal, es ist nützlich, es ist was zwischen nützlich und lebensverändernd. 2,5 sagen wir mal, damit das nicht immer alles so, so gnadenlos begeistert ist. Danke sehr. Also, und Zweifel würde, hätte ich, wenn ich jetzt nicht mindestens 2,5 gekriegt hätte, hätte ich gesagt, das Leben der Pflanzen hat es allemal verändert. Eben. Und wie wichtig ist das denn? Gut, ich sag mal, in Anbetracht der Tatsache, dass wir das schon mal in einer früheren Folge hatten, zumindest das Modell 1, und dass es ja im Grunde schnell zusammengebaut ist, gebe ich beim Spaßfaktor 1,5 Punkte. Also, es ist ... Ich wäre auch um in einer 1 zufrieden, so richtig Bocken würde es mich nicht. Und ich habe heute, als ich für den Instagram-Account unsere Trick17-Wordpress-Mediathek durchgeschaut habe, gesehen, dass wir dafür ein Bild haben. Ich hatte das völlig verdrängt. Also, ich habe mich da nicht inspirieren lassen. Ich habe es neu entdeckt und umgesetzt und mich dann heute geärgert, dass ich das vor zwei Wochen nicht schon gewusst hatte. Gut, aber wenn du darum bittest, dann ein Punkt. Okay. Aufwand ist tatsächlich 3. Kann man nicht drumherum reden, weil man muss tatsächlich nur eine Flasche durchschneiden. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann weiß ich auch nicht. Und weiß ich wirklich nicht. Also, da ... Also, man muss noch irgendwo Erde herbekommen, ne? Ja, gut. Aber auch die, die wächst ja überall. Genau. Da muss man nur unglücklich dann vom Bürgersteig auf den Grünstreifen fallen und dann mit Grabbewegungen beginnen. Dann kommt man auch an Erde. Man muss einfach beim Pflastersteine schmeißen mal innehalten. Hey, da ist ja was drunter unter unseren Wurf geschossen. Okay, weißt du Bescheid. So, Kosten kann man auch nicht anders sehen als 3. Das war sogar eine deutsche Flasche, die mich 50 Cent gekostet hat. 50 sogar. Hast du extra mehr von dir zahlen? Naja, das sind ja zwei Flaschen. Hättest du das nicht so aus einer zusammenstrecken können? Achso, die zwei Modelle. Ja, aber ich hab ja ... Ich muss ja zwei Fotos machen. Okay. Okay, also was? Drei? Okay. Gut. Macht sechs, sieben ... Es macht wieder 9,5. Ich bin zu großzügig. Also, beim dritten werde ich jetzt total ... total arschig sein. Nein, nein, ich glaube nicht, dass das an dir liegt. Du hast einfach sehr gute Hacks. Okay, vielen Dank dafür. Dann kommen wir zu deinem zweiten Hack. Huch, ein UFO. Ja, es wird immer besser. Und du hattest Bock auf Elektrizität, ne? Ja, es wird auch nicht besser. Aber der Hack ist nicht das Cuttermesser im Hintergrund, oder? Doch, also, du kannst, wenn du diese Lampe baust, aus einer Flasche, dann das Licht löschen, um einen Mord zu begehen. Also, wir rufen natürlich nicht in dieser Sendung zu Gewalt und Kriminaltaten auf. Das war jetzt nur ein mittelmäßig bis schlechter Witz. Es geht um einen Lampenschirm. Und da gibt es ... Ja, ich sehe kein Stückchen Plastikflasche, aber ... Ja, gut. Wenn du genau hinguckst, dann siehst du an der Lampenfassung vielleicht noch so diese Wulst vom Flaschenhals. Ah, jetzt. Falschraum draufgesteckt. Ah, alles klar. Erklär doch mal. Genau. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, aus einer PET-Flasche Lampenschirme zu basteln. Ich habe da Dinge gesehen. Also, man kann ja auch diese großen Kanister nehmen, wo dann halt diese billigen Saftsachen drin sind. Oder da braucht man ja im Grunde nur den oberen Teil abschneiden. Manche haben den dann auch lackiert. Ich habe es jetzt ganz anders gemacht. Die Basis war wieder, dass ich den oberen Teil der Flasche genommen habe, so zwei Drittel etwa. Diese wieder fächerförmig eingeschnitten habe an den Seiten, dass sie ähnlich wie der Ventilator so fächerförmig aufgespalten ist. Und dann habe ich mich eines Tricks erinnert, den du in der Folge Nummer 27 Wischmöpse als 16. Heck vorgestellt hast. Was du alles weißt? Das weißt du so aus dem Kopf noch? Nee, das habe ich eben rausgesucht. Links dazu auch wieder in den Shownotes. Und zwar ging es darum, aus einer Kunststoffflasche mit ein paar Schrauben, Unterlegscheiben und einer scharfen Klinge Schnüre aus einer Plastikflasche zu schneiden, indem man sie dann ganz genau, könnt ihr es euch da in der Sendung nochmal anhören, das brauchen wir jetzt nicht alles nochmal aufkochen. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar Meter Plastik Schnur erzeugt und habe diese dann zwischen die aufgefächerten Segmente des Flaschenhalses geflochten, sodass ein Korbmuster entsteht. Das könnte man jetzt im Grunde dann weiterführen, bis man einen fertigen Lampenschirm hat als Variante. Ich habe jetzt nur transparentes Material verwendet. Es gibt ja natürlich auch noch Kunststoffflaschen in Braun oder Grün. Wenn man das da einpflicht, könnte man auch noch ganz interessante Effekte erzielen. Weil ich aber dann auch irgendwann keinen Bock mehr hatte, habe ich den Rest mit Silber, also Alu-Klebeband abgeklebt, um einen Reflektorschirm zu erhalten. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Hast du dafür extra deinen Aluhut kaputt gemacht? Nee, den habe ich noch. Du siehst auf dem Bild tatsächlich auch dieses Alu-Klebefolien-Ding. Nee, der Alu-Rot wird nicht angepackt. Sonst können die ja mit ihren Gedankenstrahlen auf mich einwirken. Die da oben, ja. Da drehen die den Schalter um und dann sind wir alle geliefert. Ja, eben. Und dann ist Schluss mit lustig. Ich sage es dir. Ja gut, also mehr gibt es dazu. Also eine Lampenfassung kann man ja so fertig im Baumarkt kaufen. Kostet, glaube ich, also je nachdem welchen Anspruch ihr habt. Es gibt ja so Baustrahler-Dinger, die kann man in großen Paketen kaufen. Da kostet dann so eine Fassung zwischen 50 Cent und einem Euro. Ich habe jetzt so eine Messing-Fassung genommen. Und man kann natürlich dann auch irgendwie so stoffumwobene Stromkabel nehmen. Dann habt ihr ein richtiges Hipster-Ding. Das geht natürlich dann in Richtung 5 bis 10 Euro. Also das Ding hat jetzt, glaube ich, auch 3 oder 4 Euro gekostet für den Metall-Look. Aber es gibt ja Kunststoff-Fassung. Wenn ihr das sehr kostengünstig produzieren wollt, dann geht es auch eben für wesentlich weniger Geld. Was mich jetzt am allermeisten daran interessiert ist, hast du mal einen Lichttest mit und ohne Schirm gemacht? Und um den Nutzen beurteilen zu können, müsste ich ja wissen, ob der Lampenschirm an sich was bringt. Oder ist es nur ein Deko-Objekt? Der Schirm bringt von daher was, dass er eben nicht zu den Seiten so stark strahlt. Wenn du die Lampe so anmachst, dann kennt man ja vielleicht von frisch renovierten Wohnungen, wenn man nur die Fassung irgendwo an der Decke hängen hat, dann strahlt es ganz ungemütig in alle Richtungen. Durch dieses Geflochtene im oberen Teil hat man schon Licht, aber es wird eben etwas gedämpft und ist angenehmer. Ich habe ja mehrere Bilder gemacht. Ich habe auch eins, wo die Lampe an ist und dann sieht man ungefähr den Effekt. Wir können halt alle Lampen an. Da habe ich Licht gemacht, als ich die Lampe an hatte. Das Bild ist auch etwas verschwommen, darum habe ich jetzt erstmal das andere genommen. Okay. Und dieses Silberne, das reflektiert halt so ein bisschen da noch nach unten. Aber das, muss ich ehrlich zugeben, ist auch nicht sehr schön geworden. Das war jetzt einfach, weil ich sie nicht weiter flechten wollte. Kommen wir zur Bewertung. Würde ich in einem dunklen Raum sitzen, aus dem ich nicht herauskäme und hätte ich die Wahl zwischen, habe ich das Ding oder habe ich es nicht, wäre es lebensverändernd. Aber es ist vielleicht zweieinhalb. Okay. Ist fair. Zwei Komma. Mein Kuli. Zwei Komma Fünf. Für Nutzen. Irgendwas zwischen nützlich und lebensverändernd. Spaßfaktor gebe ich eine Drei. Okay. Weil zum einen finde ich dieses, du hast ja noch die Arbeit gemacht und diesen Faden da aus der Plastikflasche geschnitten. Und dass man den auch nehmen kann, um daraus etwas zu weben, einen Lampenschirm zu flechten, dass es glaube ich ist, oder eher weben, zu weben, finde ich glaube ich ziemlich lustig. Auch wenn es ein ganz schönes Gefrickel ist und deswegen kriegst du eine Drei. Macht glaube ich Spaß zu basteln. Der Spaßfaktor, das Ding jetzt, wenn es rumhängt, ist auch noch sehr witzig anzuschauen, glaube ich. Ja. Aufwand. Ist machbar. Ist jetzt ohne Löten und so, deswegen muss ich auf jeden Fall besser geben als vorhin. Da hast du 1,5 gekriegt, aber es ist auch nicht ganz ohne. Mit Fadenschneiden und Flechten würde ich vielleicht zwei sagen. Ist machbar. Okay, ist fair. Zwei. Und Kosten, hast du ja selber schon gesagt, hast ungefähr 3 Euro bezahlt. Ist nicht ganz geschenkt, aber es ist eigentlich nur die Lampenfassung und die Lampe, die man braucht, würde ich 2,5 sagen. Alles klar. Kannst damit leben? Ja, kann ich. Dann haben wir einen neuen Rekord und du hast 2,5, 3, 2, 2, 5, 10 Punkte erhalten dafür. Juhu. Sehr schön. Gefällt mir. Hängt das jetzt irgendwo bei dir oder ist das in der Leiterkiste? Ähm, die hängt noch nicht, die liegt noch auf meinem Basteltisch, ähm, aber meine Tochter hat schon Interesse angemeldet. Da fehlte jetzt nur noch ein Haken an der entsprechenden Stelle der Decke, wo wir das aufhängen wollen. Da, ja, wenn man 34 Stunden so eine Lampe bastelt, haben wir auch keine Zeit mehr, noch einen Haken in die Decke zu machen. Kann ich nachvollziehen. Ja. Naja. Wir waren auch viel unterwegs. Ja, das dazu nächstes Mal mehr wahrscheinlich oder übernächstes Mal. Ähm, ja, dann, dann, äh, habe ich den, habe ich jetzt, habe ich mir selber so einen geilen Jingle gegeben, aber dir habe ich ihn vergessen. Musst du einfach da nochmal zwischenschneiden. Ich schneide den jetzt einfach kompromisslos überall rein. Alles klar. Okay. Dann darfst du meinen letzten begutachten und halt dich fest. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt, während du gesprochen hast, schon geöffnet. Ich hoffe, du hast dich festgehalten. Es hat mir die Sprache verschlagen. Es ist gut, dass ich jetzt erst was sagen muss, weil das ist ja wohl das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ganz ehrlich. Dann kann ich ja die Webcam wieder ausmachen. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und zwar, ich beschreibe es mal für die Hörerinnen und Hörer, es ist ein Sparschwein. Und zwar bis auf die wunderschönen freundlichen Wackelaugen komplett aus PET-Flasche gebaut. Ja. Mit einer roten Schweinenase, da hast du jetzt mit einem Filzschreiber die zwei Schweinenasendöcher drauf gemalt. Man könnte das auch vielleicht dann noch reinschweißen, ne? Ja, damit es besser atmen kann. Aber ich hatte jetzt... Ja, eben. So aufgemalte Nasendöcher gehen halt auch so vor. Natürlich der typische Schlitz im Rücken. Und erzähl mal, die Beinchen sind diese unteren Teile der Flasche, ne? Diese Stummelbeinchen sind so... Ganz genau, ja. Aus dem unteren Segment. Ja, erzähl mal. Zum einen habe ich erstmal eine 0,5 Liter PET-Flasche genommen und gekürzt. Das heißt, ich habe oben den Kopf, den Schraubverschluss mit ungefähr 2-3 Zentimeter Flasche abgeschnitten, gerade rüber. Und dann habe ich unten nochmal so, na, vielleicht 5 Zentimeter abgeschnitten. Und die beiden Teile, also das Mittelteil weg und die beiden Teile zusammengesteckt und Klebestreifen drumherum gemacht. Sodass man eigentlich nur eine kürzere Flasche hat. Und die hatte auch noch so eine komische bauchige Schwingung in der Mitte. Und deswegen ist die jetzt verschwunden, damit es ein zylinderförmiges Schweinchen wird. Dann habe ich aus einer zweiten Flasche, übrigens holländische Flaschen, ganz schön viel getrunken gestern. Aus einer zweiten Flasche, die... Was war da drin? Bier? Wasser. Diverse Wasserarrangements. Die Füßchen abgeschnitten. Also die Flasche steht auf so, ich glaube, 5 oder 6 kleinen Zacken, kleinen Füßchen. Und da habe ich einzeln diese Füßchen ausgeschnitten. Und mit Heißkleber dann an den Rumpf, an das Schwein als Füße dran geklebt. Dann noch aus dem zweiten Stück Flasche oder aus dem mittleren Stück Flasche zwei Ohren geschnitten und obendrauf geklebt mit Heißkleber. Mit einer Bohrmaschine oben ein Loch in den Rücken geschnitten, zum Geld einwerfen. Echt? Oder hast du da eine Bohrmaschine gebraucht? Ja, ich wollte es... Die Flasche, das Plastik ist extrem weich gewesen. Das ist keine gute PET, da konnte ich nicht mit einem Cuttermesser rein. Habe ich probiert, da ist eingedrückt. Da habe ich dann einfach ganz viele Löcher gebohrt und dann so mit der Bohrmaschine hin und her, dass ich so ein Loch hatte. Ah? Ja, Mund angemalt, Wackelaugen aufgeklebt, Schweinennase angemalt und Geld eingeworfen. Wirklich sehr hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Die Kinder haben dann mit vier Minuten gespielt und haben sofort beide Ohren abgerissen, nachdem ich die Fotos fertig hatte und eineinhalb Füße. Aber ja, fürs Foto hat es noch überlebt. Okay. Vielleicht das als Hintergrund. Ja, okay. Muss man vielleicht dann krisenfester zusammensetzen, mehr verschweißen oder... Ja, oder mit Sekundenkleber oder sowas, ne. Vielleicht machen die Beine aber so mit Heißkleber hat es relativ gut funktioniert und eigentlich ist ein Sparschwein ja auch zum Hinstellen und Geld reinwerfen und ich glaube, dann wird es auch halten. Die haben es halt als Haustier, guck mal, das Schwein fährt, rom, 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 und dann hatten sie die Beine abgebrochen. Oh, jetzt ist das Auge ab. Guck mal, was ich gemacht habe. Ja, ich sehe es. Kommen wir zur Bewertung. Okay. Gut. Ich glaube, da muss ich jetzt sehr, sehr begeisterte drei Punkte erstmal geben, weil wer so einen Sparschwein hat, der kann eigentlich keine schlechte Laune mehr haben. Dann als Spaßfaktor nochmal obendrauf drei Punkte. Das ist wirklich der Bruder. Aufwand, würde ich jetzt sagen, ist nicht, also ist es zwar machbar, aber auch hier ein paar Handgriffe mit Schnitzen, mit kleinen Teilen ausschneiden, passend ankleben, ist aber noch machbar. Ja, Heißkleber, ja. Genau, mit Heißkleber oder entsprechend dann mit anderen Kleberarten kann man schon ein bisschen Aufwand reinstecken. Umso schöner wird es dann nachher und man sieht ja bei Daim, dass es da, dass da auch ein bisschen Arbeit drin steckt. Kosten ist natürlich wieder. Was hast du denn jetzt gegeben? Zwei oder was? Zwei. Okay. Und bei den Kosten kann man wieder nichts sagen. Da bleiben viele Münzen drüber, die man reinstecken kann nachher in das Schweinchen. Das hast du schön gesagt. Also drei. Jawohl. Drei Punkte. Ich glaube, jetzt hast du den Rekord gleich schon gebrochen. So, drei, drei, zwei, drei macht elf von zwölf möglichen Punkten. Ja. Geil. Vielen Dank. Also vom Aufwand her, ich glaube so, na, eine gute halbe Stunde habe ich gebraucht. Okay. Eher ein bisschen mehr vielleicht, 40 Minuten. Du bist natürlich auch Bastel-Experte, ne? Also wenn man jetzt nicht so, nicht so geübt ist mit Cuttermesser und allem drum und dran. Aber ich wollte extra, ich habe gesagt, nee, ich will das jetzt nicht so hinschludern, das kriegt man wahrscheinlich auch in einer Viertelstunde fertig. Ich möchte was haben, was auch in einem Bastelbuch als Bild drin sein könnte zum Beispiel. Also irgendwas, was echt niedlich ist, mit Mühe geben. Und deswegen hat es länger gedauert, aber ja, hat Spaß gemacht. Okay. Dann kommen wir zu Kais Nummer drei. Geil. Du hast Spaß mit Elektro, ne? Genau. Es ist übrigens derselbe Elektromotor, der auch in dem Ventilator ist. Das heißt, das Auto kann ich jetzt nicht vorführen. Also es ist ja ein kleines Rennauto, sagen wir erst mal. Genau, wir beschreiben es mal, es ist ein kleines, kleines Elektroauto. Ich, also, ich sag mal, Elon Musk kann einpacken. Meine Elektroautos sind wesentlich günstiger. Gut, man kann sich nicht reinsetzen. Es ist ein Spielzeug, ein reines Spielzeug. Aber das ist ein cooles. Ich habe, glaube ich, aus zwei Flaschen Teile verwendet. Ich habe aus einer Seiten, mehreren Stücken Seitenwand, einen Unterboden gefertigt, der möglichst flach sein sollte. Man sieht nachher auf dem Bild auch, ich habe die verschiedenen Schichten mit einem Lötkolben verschweißt. Also dann einfach so Schmelzpunkte gesetzt, kreuz und quer, bis sie eben zusammengehalten habe. Sieht man das dann nicht unter dem Spoiler da? Da sind so Löcher drin? Genau. Da sieht man die Elemente, die verbunden sind. Die Elektrokomponenten sind im Grunde dieselben wie beim Ventilator. Sprich, eine Batterie, ein kleiner Elektromotor und ein Schalter, dass man das Ding nicht immer aufmachen muss, um das anzuschalten. Den Schalter sieht man auf dem Bild jetzt nicht. Das Ben hat, der ist hinten dran, damit man eben umschalten kann und das Ding flitzt los. Und das tut es auch. Macht Spaß. Aber auch hier, ich hatte es ja angedeutet, ist noch Optimierungspotenzial. Denn die Übertragung von dem Motor, man sieht auch, der ist mittendrin, der ist nicht direkt an einer der Achsen. Die Drehkraft auf die Achsen zu übertragen. Ach so, die Räder sind übrigens auch noch Flaschendeckel, Plastikflaschendeckel. Das sind halt von Saftflaschen etwas größere. Von Sprudelflaschen oder so wären die, glaube ich, etwas zu klein gewesen. Und ich habe das dann verschiedene Versuche gemacht. Die Achsen sind Schaschlikspieße. Und dann habe ich einen weiteren Flaschendeckel genommen, um das mit einem Gummiband auf die Achsen zu übertragen. Das war so ein bisschen wobbelig. Also es hat es schon getan, aber es war jetzt nicht das effektivste Antriebsmittel. Aber für ein Spielzeug, sage ich mal, hat es erst mal ganz gut funktioniert. Ach so, die Schaschlikspieße stecken durch Strohhalme oder was, damit die sich da drin drehen können, oder? Genau, stimmt. Ich hatte die erst im Gehäuse, durch das Gehäuse geführt. Da war aber zu viel Widerstand, zu viel Reibung. Und damit die eben leichter laufen, habe ich sie dann nachher noch mal Strohhalmstücke unter das Chassis geklebt und da die Schaschlikspieße durchgeführt, damit es eben besser flitzen kann. Man kann zum Beispiel über diese Reifen auch noch Gummibänder drüber spannen, damit sie mehr Grip haben. Das hatte ich auch funktioniert, aber die sind dann ziemlich schnell wieder weggeflitscht. Und ich hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr, da noch mit Kleber rumzuschmattkern. Wie gesagt, das ist so ein Ding, man kann relativ schnell was zum Laufen bekommen und man hat dann auch Spaß, wenn man sich gerne an so Sachen reibt und optimiert und bastelt, findet man überall dann noch Ecken, wo man noch was besser machen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz schön für Kinder, dann umzusehen, man kommt ziemlich schnell zu einem Erfolgserlebnis, aber man kann dann gucken, hier, wie kann man die Räder noch besser machen, wie kann man den Motor noch besser machen und so weiter und so fort. Übrigens, der obere Teil, ich hatte es erst nur mit so einer Wölbung von einer Getränkeflasche, das sieht dann eben auch so ein bisschen wie ein futuristisches Rennauto aus, hatte dann aber noch von der Lampe die Packung von der Birne, von der Glühbirne. Und die hatte jetzt wie so ein Rennauto-Chassis, also so wie eine Fahrerkabine und eben der Spoiler. So eine Ellipse, so eine Kugelförmige, ja. Genau, das musste ich dann noch oben drauf bauen, weil es so gut gepasst hat. Das passt perfekt damit, Spoiler. Ich dachte schon, das ist irgendwie so ein Plastiklöffel oder sowas, aber ja, das ist eine Lampenverpackung, ja. Ich verstehe noch nicht ganz, dass da hinten, also man sieht es jetzt ja nur von der Seite, wo nicht die Übertragung stattfindet. Was ist das Gelbe da hinten? Das Gelbe ist ein weiterer Flaschendeckel, der mit der Achse des Elektromotors verbunden ist. Und da habe ich dann eben ein Gummiband drüber gespannt, das ich dann auch über die hintere Achse gespannt habe. Ach so, das ist dann quasi die Verbindung, dass die Hinterachse sich dreht, ja. Genau. Kann man die Richtung vom Motor steuern oder fährt das Auto rückwärts dann vielleicht, wo man fechert? Ja, das kann passieren, aber man müsste das einmal öffnen und kann den Motor dann eben entsprechend umdrehen. und dann fährt es halt in die richtige Richtung. Oder man baut das Chassis dann nochmal umgekehrt auf drauf. Was mir besonders gut gefällt ist, dass dadurch, dass es aus Plastikteilen, Plastikflaschen oder Plastikverpackungen gemacht ist, man das ganze Innenleben sieht. Die Batterie, die roten und schwarzen Kabel, den Motor, dass man genau sieht, wie viel dazugehört und dass es eigentlich nicht viel ist. Ja. Ziemlich cool, ja. So cool und so spaßig, dass es schwierig wird, einen Nutzen dafür zu finden. Aber der Nutzen ist halt genauso Entertainment und Kinderbespaßen. Und Spiel und Spaß ist ja für mich eigentlich auch Nutzen, finde ich. Ja. Und das Bauen ja sowieso. Also die Beschäftigung allein ist ja auch schon nützlich. Also ich habe tatsächlich auch viel über Löten und so gelernt während dieses Projektes. Das war jetzt mein persönlicher Nutzen. Wer das schon kann, kann das natürlich nicht mehr lernen. Aber das war jetzt meine Intention auch bei diesem Ding. Ich hadere jetzt mit mir. Es ist absolut nicht lebensverändernd. Das bestimmt nicht. Deswegen bin ich auch nicht gewillt, irgendwie eine 2,5 zu geben. Okay. Zwei. Okay. Weil Spaßfaktor auf jeden Fall eine 3. Das ist ja klar. Also wenn man nützlich zwei, zwei, drei, Spaßfaktor, also keine Frage, mega geil, Spaß ist gegeben. Aufwand ist, was habe ich dir vorhin gegeben? Auch eine 2. 1,5 beim ersten, das war der Ventilator. Ist das aufwendiger als der Ventilator? Jetzt, wenn man sehr viel Aufwand in dieses Chassis steckt, also dass es halt auch wie ein Auto aussieht, ist es, da muss ich auch sagen, habe ich viel rumprobiert, weil ich das nur so grob in der Vorstellung hatte. Von daher war es aufwendiger als der Lampenschirm, weil da wusste ich genau, was ich machen wollte. Aufwendiger als der Lampenschirm war zwei. Das andere war 1,5. Dann kriegst du jetzt auch nochmal zwei, weil das Ding an sich ist ja ähnlich aufwendig, kann man gut abschätzen. Ist auf jeden Fall machbar, ne? Ja. Äh, zwei. Und dann haben wir noch das letzte Kosten. Da habe ich einen, da haben wir zwei, 2,5. Da gehört auch nichts mehr dazu, außer diese Verpackung halt. Deswegen kriegst du da auch eine 2,5. Ist ja auch fast geschenkt, ne? Ja. Aber ich kann halt keine drei, weil der Motor drin ist und die Batterie. Ne, klar. Äh, äh, 2,5. Ja. So, dann haben wir, äh, fünf, sieben, neun Komma fünf. Mhm. Damit geht die erste Runde knapp an mich mit 9,5 zu 8,5. Die zweite Runde geht an dich, äh, 9,5 zu zehn. Und die dritte Runde geht dann durch das Sparschwein und das Rennauto an mich mit 11 zu 9,5. Muss ich jetzt auch noch die Gesamtwertung ausrechnen? Aha. Äh, 19, 29, 30 insgesamt für mich. Und du hast 8,5 und 9,5 sind 18, 28. Juhu, dann hast du jetzt überwiegend gewonnen. 30 zu 28, knappe Entscheidung. Ja. Wir müssen zum nächsten Mal noch unsere Skala überdenken. Ich glaub, ich fand die aber ganz gut. Vielleicht ist es sinnvoller, direkt bis 5 einzubauen. Nicht nur, weil wir uns lustigere Zwischenstufen einführen können, aber dann müssen wir nicht mit 1,5 und so rechnen. Ja. Und vielleicht kriegen wir noch eine neue, noch eine Facette dazu. Wenn ihr Vorschläge habt, äh, wie man diese Skala noch besser machen kann, ob man noch einen weiteren Faktor mit ins Spiel bringt, fällt mir jetzt spontan nix ein. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich umfänglich, ne? Naja, vielleicht haben unsere, unsere Zuhörer ja noch, äh, ganz coole, andere Ideen. Ihr könnt übrigens auch sagen, wie euch die einzelnen, äh, Sachen gefallen haben. Vielleicht sagt ihr ja auch, ähm, die, äh, der Lampenschirm war viel, viel besser als, um wie auch immer. Das könnt ihr natürlich gerne auf Twitter oder in den Kommentaren uns mitteilen. Vielleicht, ich weiß nicht, Ben, du bist ja unser, unser, äh, Online-Tüftler. Wir, wir könnten ja überlegen, ob wir noch ein Online-Voting für die Zuhörenden einbauen. Aber das müssten wir jetzt erst mal prüfen, ob das technisch ohne großen Aufwand machbar ist. Ja, ja, bestimmt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht noch nicht in dieser Folge, aber dann irgendwann. Ja. Äh, ansonsten würde uns natürlich auch interessieren, ob euch diese Art von neuen Folgen, das ist ja erst die zweite Folge im neuen Gewand, gefällt. Also, das erste war ja ein Interview, das jetzt hier war mal so ein Wettbewerb. Äh, wir haben natürlich noch ganz andere Sachen geplant, äh, die wir jetzt noch nicht verraten werden. Aber die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen anders werden. Äh, ob euch das gefällt, ob ihr, wenn ihr Ideen habt, was wir noch alles machen können, teilt es uns mit. Äh, kommentiert fleißig, schreibt uns Kommentare und, äh, bleibt uns gewogen. Vielen Dank, Kai, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hab mich sehr auf diese Folge gefreut, auch wenn's drei Monate gedauert hat, aber ich bin begeistert, was wir alles noch hingekriegt haben. Äh, sehr schön. Das kann ich nur so an dich zurückgeben. Wir haben noch im Vorfeld besprochen, das sollten wir vielleicht auch noch mal, äh, sagen, oder wir haben halt in der Euphorie gesagt so, das heißt, haben wir am Anfang gesagt, vielleicht machen wir das das nächste Mal so, wenn wir so eine Challenge ankündigen, äh, dass wir das dann ein bisschen näher zusammen oder beides produzieren, ähm, aber da müssen wir noch mal überlegen, dass wir das vielleicht... Ja, vor allem, weil wir ja eigentlich dazu aufrufen wollen, im ersten Teil, um dann Anmerkungen im zweiten Teil unterzubringen. Wenn wir das gleichzeitig aufnehmen, ist ja auch schwierig, aber müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Äh, gut. Überlegen wir noch ein bisschen renn rum, äh, weil ich die lange Pause fand ich jetzt irgendwie auch, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Äh, könnt ihr uns ja auch mitteilen, wie ihr das seht, ob ihr dann eine lange Pause dazwischen schlimm findet oder nicht so schlimm, äh, und entsprechend können wir dann ja überlegen, wie wir das umsetzen. Gut. Dann gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit und, äh, Happy Halloween, je nachdem, wann ihr die Folge hört, äh, bis zum nächsten Mal in Folge 3, die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt, sagen... kleiner 3, Ben und Kai, Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017